So meine Damen und Herren, ich melde mich live aus meiner Kabine hier und ich muss euch was zeigen. Es ist mein 8er Vertrag und wie man sehen kann, endlich hier, endlich habe ich ein Bullauge. Es wird aber auch mal Zeit. Schließlich ist der musikalische Leiter die wichtigste Person an Bord. Was wäre das Leben ohne Musik? Und ich kann mal kurz zeigen, wie das hier aussieht. Das geht ziemlich weit hier rein, aber naja, sieht man jetzt schlecht, aber trotzdem kann man nach draußen gucken. Und man sieht hier das Fenster, das ist fest zugemacht, aber an einem Tag wie heute, wo wir am Wasser liegen, kann ich, wir liegen natürlich immer am Wasser, ist ja ein Schiff, aber jedenfalls kann ich hier die Schrauben dann aufmachen und durch diese Röhre kriechen und dann ein erfrischendes, kühles Bad im Wasser nehmen. Wenn ich will, wenn ich das ein bisschen nass mache und dann auch noch einseife, dann ist das wie so eine Wasserrutsche hier. Und draußen ist dann ein Seil, da kann ich mich dann wieder rein hangeln. Das da an Land ist übrigens Santorin, sehr nette Insel. Und jetzt werde ich mich allerdings erstmal, wow, hier hin begeben. Das ist nämlich unser Crewdeck, immer schön von den Kameras beobachtet, aber da geht es jetzt für mich hin.